Drei Monate nach Hochzeit, Josh Vickers Frau ist gestorben. Er hat eine schwere Zeit vor sich. Josh Vickers ist ein erfolgreicher Fußballspieler. Der Torwart steht aktuell bei Derby County unter Vertrag. Der Klub stieg in der Saison 2007-2008 aus der Premier League ab und spielte seitdem in der NFL Championship, der zweithöchsten englischen Liga. Auch privat lief es für Josh gut, in seiner Frau Laura hatte er seine große Liebe gefunden. Doch nun muss er einen schweren Schicksalsschlag verkraften, seine Liebste ist gestorben. Am Dienstagabend hat meine Frau ihren langen Kampf gegen den Krebs verloren, teilt der Sportler seinen Fans auf Instagram mit. Ich werde jeden Moment schätzen, den wir zusammen verbracht haben, vom ersten Mal, als wir uns treffen, bis zu dem Moment, in dem du friedlich eingeschlafen bist. Ich weiß, dass du auf mich herabschauen und mich weiterhin jeden Tag inspirieren wirst, erklärt der Fußballer weiter. Laura sei die stärkste, mutigste und liebevollste Person, die er je getroffen habe. Der Sportler hatte seiner Freundin erst im Juni des vergangenen Jahres einen Heiratsantrag gemacht. Vor der wunderschönen Kulisse des Lager Luise stellte der Torwart die Frage aller Fragen, die Laura natürlich mit Ja beantwortete. Ein Jahr später folgte dann die Hochzeit. Das war die Hochzeit.